hallo zusammen ich grüße euch zu einem weiteren video auf youtube heute ihr konntet dem thumbnail bereits entnehmen geht es um ein unternehmen um ein chart die leute die das unternehmen in der im depot haben dürften es definitiv bemerkt haben minus 64 prozent auf fünf tagessicht und zwar geht es heute um die biko group und zwar möchte ich kurz heute mal darauf eingehen in diesem video erstes mal was macht die biko group zweitens mal was hat denn jetzt dazu geführt dass sie in den letzten fünf tagen um minus 64 prozent gefallen sind und im letzten jahr insgesamt um minus 63 minus 93 prozent gefallen ist es jetzt quasi der untergang der biko group analysiere ich ein bisschen gehe ich ein bisschen darauf ein und am ende auch ausblick in die zukunft die leute die mich auf instagram verfolgen dürften es eventuell wissen ich bin ja investor oder ich habe aktien von der biko group im depot und eben gehe auch ein bisschen darauf ein am ende des videos was mache ich jetzt mit den aktien mit blick auch in die zukunft bleibe ich dabei werde ich verkaufen und genau als erstes kurz was macht denn die biko group ist immer ganz gut so ein bisschen zur einordnung und zwar die biko group ist ein schwedisches unternehmen welches sich eben in vor allem also eine schwedische holding biko group die sich vor allem in den sektoren oder beziehungsweise in den drei sektoren einmal bio printing einmal bio science also bio wissenschaften und einmal bio automation quasi niedergelassen haben und sind eben mit blick in die zukunft selling wurde ja von der biko group aufgekauft es dürfte vielen bekannt sein die anderen unternehmen sollten eher die wenigeren von euch kennen und zwar ist der hauptfokus von der biko group im langfristig quasi dass sie bio printing von also 3d bio printing von organen quasi anbieten können also dass quasi benötigte organe die eben menschen benötigen tiere benötigen quasi nicht eben dann durch andere menschen eben nur durch organspenden zu bekommen sind sondern eben quasi auch in einem 3d bio drucker eben quasi gedruckt werden können klar ist enorm viel zukunftsmusik ist enorm viel quasi risiko dabei ganz klar ist eine wachstumsaktie jetzt eben durch diesen krassen kursverfall hier liegt jetzt aktuell auch die gesamtmarkt kapitalisierung bei der biko group bei unter 200 millionen euro genau zudem ist auch ein gut kgv gibt es jetzt tatsächlich dadurch nicht es ist jetzt nämlich eben warum jetzt gehen wir darauf ein wieso weshalb warum kurz zur erklärung ja es ist ein bio pharma unternehmen die quasi in der bio science unterwegs sind bio printing und bio automation was eben quasi ja zukunftspotenzial definitiv hat aber auch viele risiken und zwar was ist jetzt passiert dass dieses unternehmen hier am 15 juli also letzten freitag von einem kurs von 8 euro 25 ungefähr im tiefpunkt auf ja 3 euro 12 gefallen ist und jetzt heute dann sogar auf insgesamt 2 euro 90 pro kurs gefallen ist kurz auf die jahressicht wir kommen hier tatsächlich mal von 55 euro 60 euro quasi im jahr august letzten jahres war und dann ging es ja eigentlich auch dann ab quasi september war dann der höhepunkt ging es dann auch rapide ab dann klar ab dezember natürlich noch mal stärker der bärenmarkt war da und natürlich auch solche wachstumsaktien sind vor allem in bärenmärkten nicht so gern gesehen deshalb werden diese häufig noch stärker verkauft wie andere aktien und zwar jetzt habe ich das die seite gelöscht ein moment wir haben es gleich wieder bico group dann gehen wir kurz noch mal darauf ein dann seht ihr es was das problem war und zwar pressemeldung können übrigens immer wenn ihr auf unternehmensseiten geht investor relations seiten dann findet ihr auch immer press releases quasi mit den themen und zwar genau hier am 15 juli wurde quasi ein vorläufiges finanzergebnis für das zweite quartal bekannt gegeben und zwar ist dieses deutlich schlechter ausgefallen als vermutet und zwar das natürlichen zusammenhang jetzt aktuell mit den marktbedingungen quasi das eben quasi klar unsichere marktbedingungen wir haben den krieg in der ukraine wir haben sperrungen in china wir haben schwierige kapitalmärkte unsichere lieferungen klar lieferketten sind häufig auch eingebrochen jetzt weltweit und deswegen haben sie trotzdem weiterhin eine starke nachfrage aber wissen eben auch dass quasi diese nachfrage jetzt durch die aktuellen marktlagen nicht mehr ganz so gesättigt sein wird quasi weil natürlich auch viele unternehmen bei steigenden zinsen eben auch teure investitionen quasi in die zukunft verschieben was jetzt unter anderem bei bico group der fall ist und haben jetzt quasi dann eben gesagt zudem dass eben ein problem ist dass viele forderungen also quasi geld was sie von kunden bekommen haben sie jetzt eben auch nicht bekommen weshalb eben das organische umsatzwachstum jetzt ohne einmalige kundenkredite bei 9% lag wenn man jetzt eben diese kundenkredite quasi forderungen aus lieferungen und leistungen die quasi eben ausgefallen sind einberechnet ist es sogar negativ bei minus 12% was natürlich sehr sehr schlecht ist für ein wachstumsunternehmen ein organisches umsatzwachstum von minus 12% zu haben das normale umsatz also das netto vorläufige netto umsatzwachstum ohne kundenkredite ist im vergleich aufs letzte jahr quasi also zweites quartal 2022 im vergleich zu zweiten quartal 2021 so gesehen um 85% ohne kundenkredite und um nur 65% mit kundenkrediten quasi gewachsen was auch für ein wachstumsunternehmen wie es bei bico group der fall ist eher schlecht ist zudem ist das EBITDA also earnings before interest taxes die ähm es sind auf jeden fall abschreibungen also ähm gewinn vor steuern äh vor zinsen steuern und abschreibungen das heißt quasi übersetzt EBITDA ähm ist quasi auch negativ gewesen und wenn man jetzt eben die ausgefallenen Forderungen einem nochmal negativer gewesen und ähm genau deshalb ist zudem alles etwas negativer sie haben viele Forderungen hier nochmal einmalige Posten im Zusammenhang mit Forderungen für verbesserte Finanzprozesse ähm sie haben nämlich jetzt gesagt dass sie quasi ihre Verkaufsprozesse verbessern Liquidität und Zahlungsfähigkeit der Kunden auch besser einschätzen und dadurch die Bewertung der Kredithistorie und angemessene Vorauszahlungsanforderungen eben ähm quasi verlangen falls erforderlich und zudem löhnen sie auch eventuell einige Aufträge ab wenn sie sagen hey passt uns nicht ähm wie es quasi mit eurer Zahlungsbereitschaft aufsieht aussieht und ähm ja zudem werden eben Kosten eingespart ähm sie wollen eben jetzt haben einen Kosten also der CEO hat quasi ein Kostensenkungsprogramm ähm Bescheid gegeben und sagt eben dass sie quasi ähm das Kostensenkungsprogramm zielt darauf ab dass sie quasi die Ausgaben auf zwölfmonatsbasis also mit Blick in die Zukunft um 100 Millionen schwedische Kron senken sind ungefähr 10 Millionen quasi ähm ja dann haben sie zudem eben gesagt dass es hier eben genau das ist hier eben quasi eine Pressekonferenz geben wird am 15. Juli ähm haben am 15. Juli gesagt ne am 17. Juli gesagt dass es am 18. also heute eine Pressekonferenz geben wird die kann ich euch jetzt hier auch mal zeigen ähm dadurch übrigens ist der Kurs wenn wir es jetzt auf Tagessicht ab anschauen tatsächlich nochmal um 10% weitergefallen ähm ich habe tatsächlich jetzt hier auch nicht Neues vermutet ähm klar wie sie es gesagt haben die Zahlen sind alle nochmal schlechter weil eben auch viele Forderungen nicht gefallen sind nicht desto trotz besteht trotzdem noch ein organisches Wachstum und auch so mit Blick in die Zukunft sind eben CEO und quasi CFO trotzdem noch ähm zuversichtlich klar natürlich ist immer dumm wenn Forderungen ähm die man quasi bekommen würde ausfallen würde und ähm man sieht es ja hier auch ganz klar jetzt eben auf den Verlauf dass diese Aktie jetzt um knapp 65% ähm in der letzten Woche in den letzten 5 Tagen gefallen ist was ja wie gesagt alles andere als ein gutes Zeichen für eine Wachstumsaktie ist ähm allerdings muss man sagen wenn man sich jetzt hier mal quasi ähm anschaut wir sind jetzt hier im ähm in den Finanen also quasi Interims Report vom ersten Quartal 2022 also quasi wo auch die Zahlen präsentiert werden und wenn man sich jetzt hier trotzdem anschaut dass die Biko Group quasi ähm in vergangenen Quartal Januar bis März ähm einen Nettoumsatz von ähm ungefähr 480 Millionen schwedischen Kronen gemacht hat was roundabout 50 Millionen sind ungefähr genau man muss es ungefähr durch 10 teilen dann hat man die Millionen Euro Zahl und jetzt hier sich anschaut dass wir jetzt hier bei einer Marktkapitalisierung von 190 Millionen sind sind wir ungefähr roundabout quasi bei einem jetzt wenn man es hochrechnet in einem Quartal sagen wir mal auf 2 1 sind wir bei ungefähr einem KUV von 1 knapp unter 1 aktuell was meiner Meinung nach sehr sehr stark ist ähm zudem klar natürlich werden hier auch noch Verluste geschrieben insgesamt aber was man auch nicht vergessen darf wenn man sich jetzt hier mal ähm ähm bei der Biko Group anschaut wie steht es denn um Eigenkapital und Fremdkapital hier Total Equity und hier Total Liabilities Total Equity Eigenkapital Liabilities ähm Verbindlichkeiten quasi einmal die Long Term und einmal die kurzfristigen und zwar wenn man sich mal hier anschaut hatte man hier ungefähr quasi eine ähm Debt to Equity Ratio von ungefähr 50% roundabout also 50% des Eigenkapitals sind quasi Verbindlichkeiten also ungefähr eine Eigenkapitalquote von 66% ganz grob gerechnet ähm im letzten Jahr und diese Eigenkapitalquote hat sich so gesehen noch etwas verbessert sogar ich guck mal kurz hier im Rechner einen Moment mache ich kurz nebenbei bei wieviel da bei wieviel wir da jetzt aktuell liegen wenn wir jetzt sagen wir haben Debt von 202,9 Milliarden schwedischen Kronen quasi 96 geteilt durch 6886 kurz einfach gerechnet sind wir jetzt sogar bei einer Debt to Equity Ratio nur noch von 0,24 also quasi 42% ähm des Eigenkapitals ist die Verschuldung wo ich sag hey ähm so gesehen sehe ich da jetzt langfristig keinerlei Probleme natürlich ist es eine Wachstumsaktie das sei bitte jedem von euch gesagt Wachstumsaktien solltet ihr nie zu hoch gewichten weil bei Wachstumsaktien kann jederzeit sowas passieren wie es jetzt bei Bico Group passiert ist also wirklich mal kurz mehr als Halbierung des Kurses ähm es kann aber auch jederzeit bei Wachstumsaktien passieren dass diese Aktien mal kurz um paar 100% 200% 300% 300% in kurzer Zeit vielleicht nach oben schießen weil am Ende wenn man sich hier die Marktkapitalisierung anschaut die nur bei 200 also so gesehen natürlich sind 200 Millionen 200 Millionen aber nur bei 200 Millionen liegen ähm was meiner Meinung nach eine sehr geringe Marktkapitalisierung ist zumal wir hier ein enorm enormes Wachstum auch haben in dem Markt also hier sind wir jetzt auf einer Statista Auswertung Auswertung ähm globales Marktvolumen von 3D Druckverfahren in ausgewählten Branchen einmal im Jahr 2015 einmal die Prognose im Jahr 2030 und wenn wir jetzt hier eben auf Medizintechnik gehen wo sich eben quasi die Bico Group angesiedelt hat also sie machen ja keinen 3D Druck für die Luftfahrt oder Raumfahrt oder Automobilindustrie sondern ja für die Medizintechnik Medizinbranche quasi ähm hat man hier meiner Meinung nach echt ein sehr gutes Wachstum ähm so gesehen wird prognostiziert dass das Marktvolumen ähm in Milliarden bei ungefähr ähm 5,6 Milliarden liegt wo ich sage hey wenn Bico Group langfristig vielleicht ähm eines der Top Unternehmen in diesem Markt sein wird dann kann da auf jeden Fall auch noch gutes Wachstum zu holen sein wie gesagt wir haben gerade ein günstiges sehr sehr gutes KGV durch den Abverkauf ähm ich werde auch definitiv ähm tranchenweise jetzt nachkaufen nie all in das sei auch zu sagen wie gesagt greift nie auch komplett in dieses fallende Messer ähm macht sowas immer auch tranchenweise weil man weiß nie wie gesagt bestes Beispiel ähm viele dachten vielleicht hey am Freitag wow die Aktie ist ja enorm günstig jetzt kaufe ich mal nach ähm ja heute nochmal um ungefähr ja minus 10% gefallen was natürlich auch ähm nicht super geil ist und deshalb macht wenn ihr bei sowas nachkaufen wollt seid euch zum einen dem Risiko bewusst ähm zum anderen kauft tranchenweise nach also nicht äh dass ihr jetzt all in auf einmal nachkauft und wie gesagt betreibt immer eure eigene Research ähm meiner Meinung nach ist Bico Group ähm dieses enorm krasse der enorm krasse Kursverfall hier nicht gerechtfertigt weil natürlich klar haben wir schwierige Marktlagen und natürlich ist es auch nicht geil wenn ein Unternehmen enorm ähm den den Gewinn oder EBITDA verfehlt quasi weil Forderungen nicht von von Unternehmen von Kunden nicht kommen allerdings ähm ist ein hier Kursverfall von knapp 70% ähm meiner Meinung nach es ist jetzt hier kein Fall von Insolvenz es ist jetzt hier kein großer Betrugsfall oder irgendwie sowas es sind jetzt einfach nur düstere Prognosen auf die nächsten zwei Jahre quasi und ähm das hat natürlich jetzt halt quasi dazu geführt dass ähm abverkauft wurde wie gesagt meiner Meinung nach keinerlei Anlageberatung ähm ist alles hier nur meine Meinung meine Research ähm meiner Meinung nach ist der Verkauf zu enorm gewesen ähm aber bitte macht eure eigene Research fuchst euch gerne rein ähm ich verlinke euch unten auf jeden Fall den Link zu der Investor Relations Seite von Bico Group da könnt ihr quasi euch diese ganzen unterschiedlichen Präsentationen und hier auch Statements über Eigenkapital Fremdkapital Umsatz und 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 alles selber anschauen ähm wie gesagt ich sehe langfristig Potenzial weil zum einen hier enormes Wachstum im Markt einfach ist in der Medizintechnik im 3D Druckmarkt insgesamt auch hier sieht man jetzt im 3D Bioprinting Markt dass ein jährliches Kager also eine jährliche Wachstums Rate von ungefähr 10% auf die nächsten 8 Jahre prognostiziert wird und das ist meiner Meinung nach definitiv ein Markt der spannend wird der spannend werden kann der nicht vielleicht nicht zu vernachlässigen sein sollte ich bin eh ein Fan von 3D Druck jetzt unabhängig davon ob es jetzt Bico Group im ähm Medizin Sektor ist oder ob es jetzt zum Beispiel ein 3D Systems ähm oder ein Stratasis im ähm 3D Druckbereich dann von Industrie oder anderen Branchen wie zum Beispiel Automobil oder Luftfahrt Industrie ist aber wie gesagt meiner Meinung nach abschließendes Fazit ähm der Abverkauf bei Bico Group ist in meinen Augen zu krass für das was passiert ist natürlich schlechte Zahlen natürlich wir können nochmal hier reingehen ähm sehr viele Prognosen quasi die eh schon an sich nicht optimal Bombe gewesen wäre wurden quasi nochmal stärker verfehlt eben durch die ausgefallenen Forderungen aber wie gesagt meiner Meinung nach trotzdem noch ein langfristig spannendes Unternehmen wo man zudem eben sehen kann dass trotzdem ein Umsatzwachstum da ist wenn wir es uns jetzt mal hier anschauen letztes Jahr lag es eben noch bei 130 Millionen schwedischen Kronen jetzt sind wir schon bei 480 Millionen schwedischen Kronen eben im Quartal und so gesehen ähm bleibe ich weiter bullish weil ich einfach auch die Branche spannend finde den Markt spannend finde aber wie ich es jetzt schon auch paar Mal erwähnt habe eben mit einer kleinen Gewichtung weil euch muss bewusst sein Wachstumsaktien mit Marktkapitalisierung von nur 200 Millionen ist eben enorm hohes Risiko auch eben dabei und klar kann man natürlich aus solchen Aktien dann auch mehr und bessere Renditen erzielen wie jetzt zum Beispiel bei Unternehmen wie einer Coca-Cola oder einer Johnson & Johnson aber so ein Unternehmen wie Biko Group kann eben auch ähm leichter quasi von jetzt auf gleich ähm auf Null fallen wie eine Coca-Cola oder Johnson & Johnson im Vergleich und ähm ich hoffe ich konnte euch mit diesem Video helfen schreibt mir gerne ebenfalls auch mal in die Kommentare ob ihr in Biko Group investiert seid ob ihr Biko im Depot habt was ihr über diese Branche an sich 3D Bio-Printing haltet und genau lasst mir zudem gerne ein Like da zu dem freue ich mich natürlich auch über jedes Abo und über jede Glocke die geklickt wird ähm dann werdet ihr auch über alle weiteren Videos von mir benachrichtigt und genau wünsche euch eine schöne Zeit freue mich wenn ich euch beim nächsten Video wieder begrüßen darf und bis dahin ciao ciao und bis dahin